Hey Freunde, kurz auf ein Wort. Wisst ihr, was mir bei all diesem irren Call-Center-Wahnsinn das Motivationslevel, die Laune und die Energie oben hält? Die leckeren Energies und Eisthemen des Partners Holy. Ohne Zucker, Kalorien, nerviges Dosen-Schleppen und lästige Müllberge. In vielen genialen, einzigartigen Geschmacksrichtungen. Bombastisch. Stöbert gerne mal über meinen Link dort vorbei. Zum Wohl und jetzt geht's auch schon weiter. Vielen Dank. Mit Herrn Dimitri Sommer. Ja, der ist im Telefon. Wer ist da? Mein Name ist Nikolaus Langer von der Verwaltungszentrale DSG24. Wissen Sie, worum es geht? Ich hab's nicht verstanden. Von welcher Firma? DSG24. Das ist die Deutsche Spielgemeinschaft. Das sagt mir gar nichts. Ja, aber sie sind registriert als gratis Lotto-Teilnehmer und danach vergessen zu kündigen. Oh, das ist nicht gut, oder? Ja, sie haben zwei Möglichkeiten. Ihre Daten sind schon drin bei dem System. Sie haben die Möglichkeit, zwölf Monate durchzuspielen oder auf drei Monaten zu verkosten und zu beenden. Eigentlich will ich das gar nicht. Ja, das verstehe ich, aber weil ihre Daten sind schon drin bei dem System. Ja, aber wer hat das da reingeschrieben? Ich hab das nicht gemacht. Ja, es gibt eine Möglichkeit. Sie haben das versehentlich gemacht, weil wir arbeiten aktuell mit über 500 Portalen online, zum Beispiel Amazon, eBay, Zelland und so weiter. Und bei der AGB standen diese Informationen, weil wir haben diese AGB akzeptiert. Vielleicht versehentlich haben sie das gemacht, aber sie sind drin bei dem System. Wie jetzt? Wenn ich bei Amazon was bestelle, dann muss ich hinterher Lotto kaufen oder was? Ja, sie sind jetzt drin bei dieser Lotterie DSG24. Das gibt's ja nicht. Und wir haben nur diese zwei Möglichkeiten jetzt, ob sie wollen fünf Monate oder auf drei Monate zu verkorten. Und was kann man da gewinnen? Weil ich hab noch nichts gewonnen. Du hast doch gesagt, ich hab da mitgespielt. Ich hab nie was bekommen. Sie haben, wenn sie auf drei Monate verkürzen, sie haben die Möglichkeit, diese Premium-Spielgemeinschaft zu nutzen. Die was? Super 6 und Spiel 7-7 dabei. Für drei Monate, sie haben diese Premium drin bei dem System. Prämie? Sie haben eine hohe Möglichkeit, auch die... Konzentrier dich. Gewinn-Schancen auf dem Jackpot. Sie haben große Möglichkeiten dort. Und was ist dieser Jackpot? Was ist da drinnen? Ähm, Geld. Du bist lustiger Junge, ich mag dich. Ich hab jetzt nicht gedacht, dass deine Katze drin ist, Blatt. Ja, aber... ... h um ab 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 ist ich es ist klar arbeiten wenn sie spielen, ich habe eine Unmöglichkeit, um zu bekommen, das ist richtig, und, ja, ich Oh, warte, ich brauche kurz deine Tasche, ah, nein, Mann, boah, ey, du machst mich fertig, Alter, ich verlange Schmerz ins Geld, so, jetzt mal, Spaß beiseite, Alex, willst du das? Wer verarscht mich da? Ja, das verstehe ich, aber hier, ich arbeite nur an meinem Job, hier, wir haben diese Möglichkeiten, im Falle, dass sie den Beitrag für drei Monate nutzen, sie monatlich 96 Euro zu bezahlen. Ach komm, das glaubt doch keiner, Alex, willst du das? Nein, nein, Entschuldigung, Entschuldigung, dann, sie werden in den nächsten paar Tagen wieder mal einen Anruf bekommen, danke sehr für das Lächeln. Wie ist das jetzt, kein Spaß, oder was? Ja, das ist kein Spaß, ich dachte, du, du hörst dich an wie mein Kumpel Alex, also, ich dachte, du wirst mich verarschen, ist das wirklich ernst? Nein, nein, mein Name ist Niklas Langer, Entschuldigung für die Störung, weil das ist, das ist ernst, weil sie sind drin bei diesem System, das ist ernst, ich schluss an wegen dieser Situation. Ach so, Entschuldigung, ich dachte, wirklich, es ist Spaß, du hörst dich genau an wie mein Kollege. Kein Problem, bitte. Was, was, was muss ich denn jetzt machen? Okay, Sie haben zwei Möglichkeiten, oder so zu lassen, es wird auf zwölf Monaten automatisch verlängert. Nein, bitte nicht. Oder auf drei Monate zu verkürzen, das kostet 96 Euro monatlich. Jeden Monat, obwohl ich mich da gar nicht angemeldet habe. Ja, aber Sie sind schon drin, vielleicht verdientlich oder so, aber Sie sind drin bei dem System. Also, wenn das so einfach geht, wenn das so einfach geht, kann ich dann meinen Vermieter auch bei euch eintragen, dann muss der auch Rechnung bezahlen, oder? Keine Ahnung. Ja, aber Sie haben nur die Möglichkeit, das persönlich zu machen, auch bei den anderen Kunden hier. Und jetzt, ich möchte nur sagen, weil für diese drei Monate, Sie haben diese Möglichkeit, auf größere Chancen auf den Jackpot, auch diese, Sie hatten auch die Möglichkeit, für drei Monate kostenfrei zu spielen, aber diese drei Monate sind verlaufen. Ich habe ja aber gar nichts gewonnen. Wie heißt das? Jackpot for you? Nein, Sie haben die Möglichkeit, zu spielen, noch drei Monate. Zum Beispiel im Fall, dass Sie machen eine Kündigung jetzt. Und Sie werden auf Ihre Adresse eine Dokumentation bekommen, per Post. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was kommt per Post? Wenn wir jetzt die Kündigung machen, Sie werden innerhalb von drei Tagen per Post die Dokumentation bekommen, all diesen Vertrag und alle Informationen. Aha. Und im Fall, dass wir das nicht jetzt machen, dann werden Sie wieder mal einen Anruf bekommen in den nächsten paar Tagen mit dem gleichen Thema. Nein, dann machen wir das jetzt. Ich will ja auch nicht, dass hier immer Leute anrufen. Wo kämen wir denn da hin? Dann werden wir fast wie bei Telefonziegen. Das will ich ja nicht. Okay, wir haben jetzt die Möglichkeit, direkt die Aufzeichnung zu machen, auch Datenabgleich zu durchführen und auch zu abgleichen Ihre IBAN-Nummer. Kann ich das auch überweisen? Das wäre mir lieber. Ich habe nur die Möglichkeit, mit der IBAN-Nummer das zu erledigen. Also kann ich keine Überweisung zu euch machen, oder was? Keine Überweisung, keine Kreditkarte, nur mit dem IBAN. Mann, ist das ein Scheißtag. Ich habe schon gedacht, heute wird ein guter Tag, aber war nichts. Entschuldigung, aber hier... Du kannst da ja auch nichts dafür, Kollege. Wir haben nur diese Möglichkeit, wegen der Kündigung auf drei Monate zu verkürzen und sie werden alle Informationen, sie werden auch wo, was und wie sie können spielen, sie werden alle in dieser Situation bekommen. Kann man da wirklich was gewinnen? Ja, sie haben die Möglichkeit zu gewinnen, das ist richtig. Ja? Ich frage jetzt wieder, aber es geht um Geld. Ja, ist jetzt nicht irgendwie so Reise, Motorrad oder so ist Kohle. Rubli. Ja, das ist richtig. Direkt Geld. Sie bezahlen für drei Monate. Sie hatten drei Monate die Möglichkeit, kurz und frei zu spielen, aber im Fall, dass sie das nicht wussten, das ist nicht genutzt. Und dann haben sie in den nächsten drei Monaten die Möglichkeit, zu spielen und auch das Geld zu bekommen. Aha. Und nach drei Monaten werden alle Daten gelöscht sein. Ach so, das ist gut. Das wäre mal eine nächste Frage gewesen. Also ich muss jetzt nicht Angst haben, dass das immer weitergeht. Ja, das ist richtig. Alle werden auch in der Dokumentation stehen. Und wegen der Bank werden wir diese Aufzeichnung checken. Der was? Der Bank. Und danach werden wir fertig sein. Das wird etwa ein paar Minuten dauern. Ach. Oh Mann. Habt ihr vielleicht die E-Bahn zur Hand? Nee, das muss ich raussuchen. Aber lass erstmal alles andere machen. Ich kenne die nicht auswendig. Ist so lang. Okay, okay. Ich kann auch eine Wiedervorlage machen, zum Beispiel morgen. Was? Ich kann auch wieder mal anrufen, zum Beispiel morgen oder übermorgen. Nee, ich fahre morgen in Urlaub. Ich will das jetzt heute erledigt haben. Oder später. Wir arbeiten bis 18 Uhr. Nee, ich habe gerade Mittagspause. Das müssen wir jetzt machen. Wir müssen gleich weitermachen hier. Okay, aber... Was musst du denn noch haben, außer Iban? Ja, ich muss das doch gerade suchen. Ich gucke gerade bei, wo ist meine Unterlagen. Was muss ich noch sagen? Was brauchst du noch? Entschuldigung, die Verbindung ist ein bisschen schlecht. Natürlich. Ich sage, was brauchst du noch, außer Iban, Bratan? Nur die Datenabgleichs zu durchwählen. So, Geburtsdatum, Vornachname, Straßen- und Hausnummer. Ja, sag mal. Was hast du denn stehen? Entschuldigung? Was hast du da stehen für Adresse? Vielleicht bin ich das ja gar nicht. Herr Dimitri Sommer, Geburtsdatum 1.04.1987 hieß das, richtig? Ja, leider. Ach, ich hätte jetzt mal Nein sagen sollen. Ja, Sie haben die Möglichkeit, auch Nein zu sagen, aber Sie werden in den nächsten paar Tagen wieder mal einen Anruf bekommen. Nein, will ich nicht. Will ich nicht. Wir machen das jetzt fertig. Okay, dann nur die Datenabgleichs. Ich habe drei Fragen zu vorstellen, mit einem klaren Ja zu bestätigen, auch Bankdaten zu abgleichen und das war's. Das ist gut, oder? Ist guter Service. Wie bitte, Entschuldigung? Ich sage, ist guter Service. Okay, danke sehr. Haha, bitteschön. Bitteschön. Oh Mann, ich bin voll traurig. Du bist schuld. Ja, das verstehe ich. Entschuldigung, aber ich arbeite nur an meinem Job. Das muss ich machen, auch alle Informationen zu geben, was passiert und auch im Falle, dass es möglich ist, diese Auszeichnung zu machen. Aber ist keine schöne Arbeit, oder? Viele Leute bestimmt schreien und so. Manchmal, ja. Manchmal nicht gute Arbeit. Manchmal, es gibt auch viele Leute, die spielen und es ist alles in Ordnung, so. Ja, ich spiele und eine kleine Auszeichnung machen und alle Dokumentationen sind verschickt innerhalb von drei Tagen und es ist alles in Ordnung. Die Leute spielen, das ist super. Aber, okay, manchmal sind die nicht so nett, oder? Ja, manchmal nicht. Manchmal ist das verständlich gemacht und Kunden wollen das überhaupt nicht machen. Ja, so wie ich. Aber wir anrufen dann wieder mal. Zum Beispiel nicht ich, sondern meine Kollegen oder so. Das ist alles nicht so schön. Wo ist euer Callcenter, Kollege? Entschuldigung? Wo ist euer Callcenter? Callcenter in Stuttgart. In Stuttgart? Ja, aber die Hauptfirma ist in Berlin. Aber du bist in Stuttgart unten, oder was? Ja, das ist richtig. Bist du Badner oder Schwabe? Entschuldigung? Bist du Badner oder Schwabe? Ich bin auch aus der Schweiz, aber ich habe dort umgezogen. Du bist aus der Schweiz? Ich hätte jetzt gedacht, du bist von Kasachstan. Ja, aber mein Akzent ist ein bisschen anders. Ja, bist du nicht von Kasachstan? Nein. Ah, schade. Da hätten wir jetzt zusammen ein Hymno national singen können. Okay, ich möchte Ihnen gerne fragen, ob Sie wollen diese Aufzeichnung zu Deutsch führen. Haben Sie Zeit, das jetzt zu machen? Ja, habe ich doch gesagt. Wir machen das. Ich will das fertig haben. Okay, auch für den Datenabgleich. Ich brauche... Sie haben Iban auch zur Hand, ist das richtig? Ja, ich habe Portemonnaie jetzt gefunden. Ich muss nur noch raussuchen. Okay, danke sehr. Ich werde jetzt die Aufzeichnung starten und auch alle Informationen vorlesen. Und wenn ich frage etwas, ich brauche nur ein klares Ja zu sagen. Ist das in Ordnung? Ja, wir probieren das mal. Ich muss mir das erst mal anhören. Ich starte die Aufzeichnung jetzt. Was machst du? Ich starte die Aufzeichnung jetzt. Achso, okay. Ja, ist in Ordnung. Guten Tag, Herr Sommer. Mein Name ist Nikolaus Lange, und ich vertrete die Tradeco Malta Limite innerhalb der Deutschen Typ Gemeinschaft 24. Sie sind damit einverstanden, dass das Gespräch aufgezeichnet wird? Klar. Vielen Dank, dass Sie einer Bezahlung des Treppalasches zustimmen. Heute ist der 4.06.24. Ich werde jetzt Ihre Mitgliedschaft kurz zusammenfassen. Sie nehmen über die Tradeco Malta Limite jeden Mittwoch und Samstag an der Euro-Millionen-Ziehungen an 1.080 Tipps der Deutschen Typ Gemeinschaft 24 teil. Dadurch steigern Sie Ihre Gewinnchancen auf den Jackpot. Sie sind damit einverstanden? Hallo? Wolltest du nicht was sagen? Hallo? Ja, ich werde wieder mal starten, weil ich glaube, die Verbindung ist nicht so gut. Nee, ich dachte, du sagst noch irgendwas, du warst plötzlich so still. Ja, okay. Wenn Sie sprechen, Sie sind damit einverstanden, Sie brauchen nur ein mit dir ein klares Ja zu beantworten. Ach so. Ja, das ist lieb. Dankeschön. Ist das alles schwierig, Mann? Ja, das ist richtig. Es ist ein bisschen kompliziert, sozusagen. Ja, wie lange hast du gebraucht, bis du das gelernt hattest? Ja, paar Tage, alle Tage hier. Ja, guck mal, dann kann ich sie nicht beim ersten Anlauf schaffen. Ja, ich arbeite hier schon einen Monat und deswegen ist... Einen Monat? Ja, das ist richtig. Sag mal, du bist bei Stuttgart, hast du gesagt, ja? Ja. Mein Vater hat eine Schuhfabrik bei München, vielleicht möchtest du da arbeiten, weil es bestimmt bessere Arbeit ist. Ja, das wäre sehr... Wie viel bezahlen die Bayern in Stunde, Bratan, sag mir. Ja, ich darf das nicht sagen. Was? Echt nicht? Das ist aber nicht gut. Dann bezahlen die... Guck mal, bei Schuhfabrik von meinem Papa gibt es 20 Euro die Stunde, die ist gut. Ja, das verstehe ich. Ja? Gibst du mir mal dein Instagram, da können wir sprechen. Ja, das verstehe ich, aber ich kann das... Entschuldigung, aber ich darf das nicht jetzt, weil ich bin da bei dem Job und ich... Ja, aber komm, ich kann dir einen besseren Job geben, weil du bist ein guter Mann, du kannst gut verkaufen, du kannst gut reden. Warum sollst du bei Callcenter sitzen? Du kannst bei Schuhfabrik arbeiten. Ja, das ist nur zur Zeit. Vielleicht später wird es etwas besser sein. Aber was meinst du, wird besser? Meinst du, die Leute sind alle happy und gut drauf, wenn du sagst, hier musst du jetzt 300 Euro bezahlen? Also du kannst froh sein, wenn die nicht die Schuhe auf dich werfen. Ja, das verstehe ich. Ja, hier hat das Team sehr gut. Ja? Ich mag das Team hier. Hier ein bisschen Job, das verstehe ich, das manchmal nicht angenehm ist, aber hier ist es ganz in Ordnung. Und ist oft Probleme mit Militia oder nicht? Nein, nein, wir haben diese Probleme überhaupt nicht. Kein Problem mit Militia, das ist gut, das freut mich. Ja, das ist richtig. Aha, guter Mann, guter Mann. Ja, du machst das schon gut, deswegen hätte ich dich gern dabei gehabt. Aber hey, du, wer nicht will, der hat, wer nicht frisst, ist satt, sagt man ja immer, ne? Ja, danke, danke. Kennst du das deutsche Sprichwort? Welche? Entschuldigung? Wer nicht will, der hat, wer nicht frisst, ist satt. Ah, das verstehe ich, aber ich habe das nicht früher gehört. Ich habe das vielleicht früher gehört, aber ich habe... Hast du mir vielleicht im Integrationskurs mal gehört? Ich meine, der ist zwar krachend schief gegangen, aber manche Sachen behält man ja, ne? Ja, das ist richtig, ja. Wo hast du Deutsch gelernt, Kollege? Du sprichst so gut Deutsch. Deutsch habe ich auch in der Schule gelernt und auch dort, wenn ich war in der Schweiz, ich habe dort gelernt. Bei Goethe-Institut oder sowas? Ja, das ist richtig, weil die Schule, die Grundschule und auch die Mittelschule. Das ist ja richtig krass. Hast du deutsche Staatsbürgerschaft oder bist du Schweizer? Schweizer Bürgerschaft, das ist richtig. Ja, cool. Schweiz ist ein schönes Land. Oh, da hatte ich mal schöne Freundin, schöne Freundin. Ja, das ist richtig. Weißt du doch gar nicht. Sag der, einfach ist richtig. Hätte ich jetzt auch voll anlügen können, aber ich sage, warum sollte ich das machen, ne? Bin dir eine Ehrenziege. So, ich frage jetzt, sollen wir hier diese Aufzeichnung machen oder... Ja, klar, klar, machen wir. Okay, okay, wieder mal, ich werde jetzt starten. Schönen guten Tag, Herr Sommer, mein Name ist Nikolaus Langhafon und ich versprete die Tradeco Malta Limited innerhalb der Deutschen TIP-Gemeinschaft 24. Sie sind damit einverstanden, dass das Gespräch aufgezeichnet wird? Ja, Meddle-Leute. Vielen Dank, dass Sie einer Bezahlung per CEPA-Larschrift zustimmen. Heute ist der 4.6.24. Ich werde jetzt Ihre Mitgliedschaft kurz zusammenfassen. Sie nehmen über die Tradeco Malta Limited jeden Mittwoch und Samstag an der Euro-Million zu Jungen an 1080 Tipps der Deutschen TIP-Gemeinschaft 24 teil. Dadurch steigen Sie Ihre Gewinnchancen auf den Jackpot. Sie sind damit einverstanden? Klasse, ja, ja, diesmal sage ich ja. Ja, dann sagt man. Mein Name ist Dimitri Sommer, als Schauerberg 8 in 91448 im Skirchen. Okay, danke. Okay, wann ist er geboren? Am 8. Mai 1945. Aber das sind die anderen Daten, die Sie mir gegeben haben. Das sind die Daten, wie ich heiße. Ich weiß nicht, was du von mir willst. Ja, Sie haben die andere Geburtstattung gesagt. Ich weiß doch, wann ich geboren bin, oder was? Ja, aber ich habe diese Geburtstattung früher gesagt, 1.4.1987 und ich habe mir eine andere Daten jetzt gesagt. Ja, klar. Sollen wir nochmal machen? Ja, okay. Danke sehr für Ihre Zeit. Ich verstehe, was... Du bist ein scheißdreckiger, mieser Betrüger und du bist live bei YouTube, du Bitch, Alter. Kurva, Suckerblert. Betrüger. Du bist kriminell, Alter. Du bist kriminell. Das bist du. Ich bin nicht kriminell. Doch, du bist kriminell. Was du da sagst, ist scheiße, Alter. Das ist kriminell. Wir gehen direkt zu Palizze. Ja, das ist Ihre Meinung hier. Komm, wir treffen uns Stuttgart Hauptbahnhof, Alter. Wir kämpfen da im Brunnen. Ich bin kasachischer Brunnenkämpfer, Alter. Ich mache dich richtig fertig. Ja, okay. Danke sehr. Dabei. Suchka bladidinahui. Danke sehr für Ihre Zeit. Verpiss dich, du Schwein. Wir sind in einem sehr schönen Tag. Idinahui. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Wir werden immer mal die Antrufe bekommen. Ja, ruf an. Gebt du gleich die Informationen bekommen. Ruf mich an. 0190, sechsmal die Ziege. Und da hast du mich am Telefon. Ja, okay. Danke sehr. Du bist ein dummer Mensch. Du bist ein dummer Mensch. Tschüss. Verpiss dich endlich. Was ein Trottel, ey. Ich hoffe, okay. Herr, mich bis zum unreasonable.